Willkommen zur 25-Frage-Challenge und wir starten direkt los. Wie viele von diesen 25 Fragen würdet ihr richtig beantworten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Der zweimalige Formulands-Weltmeister Alberto Ascari landete 1955 in Monaco mit seinem Auto im Palast, Hafenbecken, Casino oder Teamtransporter. Das ist eine ziemlich einfache Frage. Ich hatte sogar ein paar Videos darüber gemacht. Es war das Hafenbecken und er war echt mit seinem Lieben an Bangen. In welcher Kurve von Imola verunglückte Ayrton Senna 1994 tödlich? Variante Afra, Tosa, Variante Bazar oder Tamburella? Es ist natürlich die Tamburella-Kurve. Leider bis heute ein sehr trauriger Moment. Frage Nummer 3. Bei welchem Team begann Jody Schecter seine Formulands-Karriere? McLaren, Caterham, Marasher oder Lutus? Hm, Marasher gab es damals noch nicht. Es kann nur Lutus oder McLaren sein. Ich denke mal, es ist Lutus. Es war dann doch McLaren. Frage 4. Antonio Giovinazzi hatte als Fahrer bei Alfa Romeo ein besonderes Verhältnis zum Belgien-Kumpri. Denn plötzlich Übelkeit nach jedem Fall einer Stadt unmöglich. Er begann dort zweimal hintereinander. Er qualifizierte sich nie. Er verunfallte sowohl 2019 als auch 2020 schwer. Hm, ich glaube, ich kann mich an den Crash erinnern in der Double-Irgendwas-Kurve. Und ich glaube, das war auch 2019. Das war auch ein heftiger Crash. Welche Kommentatoren-Legende war bekannt für seine Murrays? Herbert Zimmermann, Bela Raffi, Heiko Wasser oder Murray Walker? Es ist natürlich die Legende schlechthin. Ruhe und Frieden, Murray Walker. Geiler Mann, wirklich. Er hatte diese Ruhe-Stimme. Ich glaube, das ist jetzt Frage 6. Ich werde auch einen Account entbauen. Es tut mir leid. Welcher Niederländer debütierte 1984 mit dem Team Spirit in der Form Lens? Uth, Hottegata, Eduard, Adameer, Nils, Wundermacher oder Jos Verstappen? Hm, ich denke mal, das wird Jos. Auch doch nicht. Ja, sorry, ich kenne ihn absolut nicht. Welcher Fahrer fuhr für das beinigten Team den allerersten und den einzigen Sieg? Schumacher, Berger, Herbert oder Brundle? Das ist ganz klar. Ja, mit Gerhard Bär. Okay, ich dachte, Schumacher. Ich glaube, das hatte ich dann verwechselt mit dem anderen Team, mit dem Jordan-Team. Ja, ich glaube, das war mit Jordan. Wie wurde vom Lens-Pilot Tony Brooks genannt? Schwimmender Buchhalter, golfender Rentner, tanzender Pulm, was? Problembär oder rasender Zahnarzt? Ich denke mal, nachdem er ein Rennfahrer war, muss das dann der Zahnarzt sein. Wie viele in zwei Reihen angeordnete rote Lampen leuchten kurz vor dem Start auf? Zwei, eins, zehn, drei. Das müssen dann zehn sein, aber das sind fünf untereinander, genau. Und die Frage, keine Ahnung. Ja, ich hätte unten mal auf Zurücksetzer drücken sollen. Aber ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt mindestens zehn haben. Welche Flappenfarbe signalisiert den Abbruch eines Rennens? Rot, Blau, Grün, Weiß. Blau ist überrunden. Grün ist safe. Weiß weiß sich nicht. Verwarnung. Black, White. Und Rot ist natürlich der Abbruch oder die Unterbrechung. Auf welcher Strecke kam Elio de Angelis 1966 beim Testfahrt ums Leben Watkins Glen, Imola, Le Castellet oder Zahnfurt? Ich kenne ein paar Geschichten von Watkins Glen, bin mir aber da auch nicht sicher. Ich nehme jetzt mal Watkins Glen, es war Le Castellet. Es ist schwierig, es ist wirklich... Zum wievielten Mal wurde Michael Schumacher 2001 Weltmeister? Ähm... U90? Also heißt 2001, 2, 3 und 4. Das heißt, zweites Mal. Zum vierten, zum fünften, zum zweiten. Zum vierten. Ich trock, das war 2001. Ah, das war dumm von mir. Wie alt war Graham Hill, also zum ersten Mal vom 1 Weltmeister wurde? 28, 20, 33, 30. Ich weiß, dass die damals wirklich viel, viel älter waren als die jetzigen Fahrer, weswegen ich 33 nehme. Und das ist richtig. Äh, in welchem Bundesland liegt der Nürburgring? Bayern, Saarland, Rheinland-Pfalz oder Bremen? Ich bin kein Deutscher, ich glaube es ist aber Rheinland-Pfalz. Äh, wer holte sich die meisten Vizetitel in der Formel 1 Geschichte? Sterling Moss, Rubenspary... Es steht ja in der Klammer schon dabei. Also Sterling Moss dann. Hä? Warum steht in der Klammer die Lösung? Das macht gar keinen Sinn. Welcher Fahrer führte jedes Formel 1 Rennen an, an den er teilnahm? Winkelrock, Marquez, Alain Prost, Ayrton Senna. Die beiden können es ja nicht sein, weil die waren ja in einer Epoche, wo ja beide gegeneinander gefahren sind. Also wahrscheinlich einer von beiden hat erst nur ein Rennen oder so gefahren. Ich nehme mal ihn hier. Ich habe keine Ahnung. Super, das stimmt. Welcher deutsche Motorsportfamilie brachte je drei fahrende Formel 1s Winkelrock und Schumacher, Danner und Frenzen, Hetfield und Glock? Ja, es muss dann eigentlich Winkelrock und Schumacher sein. Kimmereikönnen musste bei den letzten Saisonen 2013 passen, wegen Schmerzen im Bein, Rücken, Hals, am Blinddarm. Im Rücken. Er war auch schon ein bisschen älter damals, muss man sagen. Wir sind jetzt hier schon bei der neunten Frage, sprich, wir sind ganz knapp davor. Aber welches Unternehmen entwickelte den erfolgreichen TAC-Turbomotor aus dem Jahr 1980? Es ist Porsche. Ja, ja, es ist Porsche. TACO und so weiter. Also das ist... Bei welchem Grand Prix feierte Michael Schumacher am 28.06.1998 seinen 30. Grand Prix-Sieg? Deutschland, Belgien, Großbritannien, Frankreich. Belgien würde passen, aber was sagt ihr? Ich nehme mal Belgien, es war Frankreich. Ich wusste, Manico wahrscheinlich, das war auch seine Pop-Steller-Strecke. Der Grand Prix von Kanada 2008 bescherte den ersten und einzigen Sieg von Hetfield-Kubica. Ja, Kubica. Ja, ja, das war ein Jahr nach seinem schweren Unfall. Wir sind jetzt hier bei Frage 13 oder so. Zwei, drei Fragen noch. Wie viele WM-Rennen der Formel 1 wurden beim Berliner Arbus-Rennen ausgetragen? Lediglich eines. 1955 oder so. Geile Strecke, aber auch saugefährlich. Von wem ist der Spruch vom Landfahren in Monaco ist wie Hubschrauber fliegen im Wohnzimmer? Piqué, Jackie Stewart, Schumacher oder Senna? Das traue ich Schumacher nicht zu, es ist Stewart, oder? Doch, Piqué. Und die letzte Frage für heute. 1992 baut der Renault eine limitierte Auflage. Der 1500 PS starken... Ah, der 150 PS starken... Espacalotus, Megan McLaren, Twingo Sauber oder Cleo Williams? Twingo Sauber sagt mir was, aber auch Cleo Williams? Ich glaube, Cleo, das hört sich irgendwie cool an, wegen Claire und so. Jetzt machen wir die letzten Bonus-Tage. Welcher Start-Nomate Kimi Räikkönen in der Season 2008? Auf seinem Ferrari. Ach, war er ja schon Weltmeister, also die Nummer 1. Wie viele Fragen konntet ihr richtig beantworten? Schreibt es in die Kommentare, abonniert gerne den Channel Kostas und macht doch gerne Döhm. Das Däumchen oben weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.